ja ja was für eine blöde Frage ich hatte die dritte Ich schau, weil ich den Dreckskeller erschreckt. Mann! Ja, das... Ja, das ist gut so. Hahaha. I. Nein, fahr ich nicht. Du fährst gerade zur Hölle. Ich fahr zur Hölle. Ich fahr zur Hölle. Ich fahr zur Hölle. So hat man geblockt. Meine Fakker. Verdammt, 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 EVE! Bruh! Bist du... Bist du dead? Holy fuck! Aber der ist die Zaraebeschiebte. Ich bin mir den Titel. Bist du verrückt? Scheiße, ich hab keine Knarre. Nein. Ich wollte nur eine Familie. Holy fuck! Wie hast du das überlebt? Nee, die Knarre. Ethan, die Knarre. Die Waffe! Danke. Schluss mit den Spielchen. Warum? Warum? Ich hab die doch... Ah, ich glaub, man muss einfach draufschießen. Nimm die Knarre, nimm die Knarre, nimm die Knarre. Das ist eine fette Knarre, nimm die Knarre. Dankeschön. Alles klar, jetzt weiß ich was. Schluss mit den Spielchen. Und jetzt? Ha? Ha 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 ha, du Opfer, ha ha ha, ha ha, hast kassiert. Ha 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 ha. Hä, war's das jetzt einfach so? Wo ist Mia? Was ist das denn? Alter. Ich bin Redfield. Fier, 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 fier! Äh. Fier, fier! Cool, das war ein Spiel. Gut, dass wir sie gefunden haben. Ah ha ha. So, endlich ist die Scheißhaus in Schur und Asche gelegt. Ha ha. Oh ja, das waracyj. Was ist das, was wir denn? Was ist das? Oh ja, das war ja, was der... Was ist das, was wir überhaupt nicht gemacht? Oh ja, was ist das? Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020